Die Kriti AG Koll ist für mich ein stabiler und großer Arbeitgeber, der das Multikulturelle auch in den Vordergrund steht. Das ist in unserem Employer Branding benamst und wir leben das jeden Tag. Wir haben eine hohe Vielfalt an verschiedenen Einheiten innerhalb Deutschlands und was für mich als neuer Arbeitnehmer wichtig wäre, ist, dass ich eine gewisse Durchlässigkeit habe. Ich kann mich also von einem Bereich auch in andere Bereiche hinein entwickeln und sehe die ganze Breite des Finanzgeschäftes. Für die Kriti AG Koll Leasing und Factoring in Deutschland sehe ich als sehr wesentlich an, dass wir eine stabile Gruppe haben, aber als Mittelständler innerhalb dieser stabilen Gruppe eine hohe Flexibilität unseren Kunden anbieten können. Die Gruppe ist international geprägt. Wir sind in über 40 Ländern aktiv. Wir haben natürlich die Zentrale in Europa, was, glaube ich, für uns in Europa auch noch mal wichtig ist. Wir kommen nicht außer Anglosaxi zum Bereich. Und als internationales Unternehmen, und ich bin selbst auch ein Beispiel davon, als Holländer beim französischen Unternehmen in Deutschland tätig. Ich glaube, die Vielfalt spricht für sich selbst. Und das ist natürlich interessant, auch für mein persönliches Berufsleben. Und das war auch einer der Gründe, warum ich so am Mundi damals gekommen bin. Ich glaube, ein Arbeitgeber muss heute drei Themen liefern, um attraktiv für einen Mitarbeiter zu sein. Das eine ist Wachstum als Organisation, sodass ich auch jüngeren Mitarbeitern Karrierewege ermögliche, dass ich in meine Mitarbeiter investiere, um die Veränderungen, die in unserer Gesellschaft passieren, zu reflektieren und eine internationale Perspektive bieten. Ich glaube, alle drei Themen setzen wir sehr, sehr gut für unsere Mitarbeiter um. Darüber hinaus ist auch im Human Project ein ganz wesentliches Element unseres Midterm Plans. Wir wollen mehr Entscheidungshoheit zu unseren Mitarbeitern bringen. Und die Eigenverantwortlichkeit ist, glaube ich, heute sehr, sehr wichtig für jeden, der in einer Organisation arbeitet.